Hä? Lisa, wir waren schon wieder wieder im gleichen Kleiderschrank, ey. Hallöche Leute, herzlich willkommen wir beim nächsten Part 4 in GTA. Und den sogenannten Gefängnisraum. Oh doch, was? Wo wir jetzt diesmal den Bus klauen müssten. Und dann haben wir das Flugzeug jetzt. Den Bus? Anteil von 19.000, lol. Läuft bei uns. Kick der Maxi an. Und er will wieder fahren. Max kick der an? Ne, ne, ne Max, diesmal Feike. Oh Maxi, Seppi, willst du echt alleine fahren? Ähhh, diese. Oh, dann nach vorne. Ja, ey. Schmeckt dein fett Arsch. Ich seh das jetzt vorne geil. Markiert mal in an dem Punkt. Danke. Sicher ist nicht eingeschneit. Seppi auch nicht. Die sind nicht eingeschneit. Ja. Oh Gott, das war halt. Soll. Ich glaube, ich werde schon wieder gehen. Wir müssen uns jetzt nicht fahren, denke. Ja. Bälle sind Pause. Ey, jetzt macht er hier noch das Dachproblem, ne? Wie geht hier alle los momentan? Keine Ahnung, ey. So. Ja, ist ja wie dumm mit deinem Leuchttfeuerrecht. Aber komischerweise, ne? Aber nur bei PC, ne? Was? Die strecken die Server. Du musst aber auf mich, ne? Du musst aber auch so stehen. Wir spielen neuerdings sehr viel weiter. Sehr sehr viel weiter auf dem PC-GTA. Okay. Geh mal durch, oder? Wow. Bei mir lag überhaupt nicht. Ich glaube, es kommt da auf dein Computer. Ja. Nein, ich glaube, ich werde nicht mehr Computer schützen. Weil ich habe schon ziemlich guten Computer, muss ich sagen. Ja, okay, guck mal. Ich sollte eigentlich auch ein Gamer-PC haben. Ja, aber... Sollte es ein Gamer-PC, ne? Oh. Oh. Oh, lol. Aber das Leck gefaltet sich bei mir. Lol, er sagt das Leck gar nicht und jetzt sagt, Oh, das Leck gefaltet sich bei mir. Ja. Äh, Seppi... Dann... Leck bei mir. Du musst dir vorstellen, du musst das Auto von die Gegner laden. Dennoch die da... die viele Personen, die noch mit dem Auto sind. Ja. Du musst den Rechner alles mit planen. Ne? Und die Gebung laufen. Ja, genau. Ja. 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 Ich auch. F*** jeder. Das finde ich nice schon. Du, das war sehr krass. Ich glaube, wenn du mit einem zufrieden zurückkundst du auch so einen Nud. Oder wenn du einfach nur Doppel verwerbst. Wow. Wow. Dankvoll. Wer fährt jetzt? Ich? Was soll sich einer nochmal über mich beschweren? Da ist doch mein Auto. Oh, 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 oh. Ja. Gott sei Dank, wir sind hier explodiert. Oh, Leute. Jetzt seht ihr das Auto schon. Gepantert. Was läuft denn? Die eine Seite liegt voll Highlight, wenn die andere Seite ankommt. Ich hab euch auch mal eine Maske aufsetzen. Hm? Ich hab euch auch mal eine Maske aufsetzen. Boah, hier sind die Maske aufsetzen. Aber wo ist bitte der Bus? Wie viel Hund aufgetartet? Aber wir sind ja voll weit weg. Ich hab eine Maske auf. Boah, der ist noch weit weg. Na ja. Wir haben jetzt schon Maske aufsetzen. Schaffen wir jetzt noch. Boah, der Auto brechst doch raus, ey. Aber das ist cool. Da ist nur die eine Seite zu beschädigen. Die sind vorne. Die ganze Seite ist noch voll ganz. Komm, 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 komm. Ich glaub, der Bus hat ja. Die sind ja schon vielleicht da, gell? Ja. Und da müssen wir uns ja verstecken, hieß es. Ja, äh. Du musst jetzt nur machen, dass er selbst wieder in den Fahrt kommt. Sollte. 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 Okay. Ja, aber er muss ihn ja fahren können. Okay. Boah. Okay, leckst. Ober 9000. Na, Ober-Millionen-Tausend würde. Boah. Du wurdest grad ziemlich flessiert. Ja, du leckst grad. Das will ja. Sollte wieder. Da ist der Heli. Da ist der Bus. Da ist der Heli. Aber es leckt schon wieder hier. Boah. Schon wieder. Die gehen von draußen. Jetzt auf die dauernden Aufwand rein warten. Aber es kann doch nichts tun. Ich werde jetzt geschossen. Ich. Warum schießt du? Du nimmst das Bulle. Ich kann gar nichts machen. Es leckt total. Jure Jungs, Mann. Die hat mir gepackt in das Fahrzeug. LOL. Okay. Was war das? Ich hab den Busfahr raus gestalten. Soll sehe ich ja auch schon. Ja. Schnell 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 schnell. Oh fuck! Oh fuck! Ah... Ah... Ich muss den Heli aushalten. Ich war so left-staffer. Ich habe so left-staffer. Ich hatte so left-staffer. Wird nicht in den Heli liegen. Es ist ganz rot. Wird nicht in den Heli liegen? Ja... Wird nicht in den Heli liegen? Wird nicht in den Heli liegen? Ja... Der ist in die Siege in der Decke. So... Danke! Gibt's noch, Serbi? Ja, ich schliebe ihn noch! Ich krieg ihn nicht mehr. LOL! Oder hab ich ihn? Doch, ich hab ihn gekriegt. Ich hab ihn bekommen! Das ist der Video noch Vollgascape. Ah, was macht dich denn schon? Ja... Ich hab ihn gekriegt. Ich hab ihn gekriegt. Das ist der Video noch Vollgascape. Das ist der Video noch Vollgascape. Ja, was macht dich denn schon? Ja... Und... Und... Wie ist die Fahrrad? Ja, aber es ist leck. Ich hab einen. Wow! Nächsten hab ich auch. Du wirst nur noch den vorne bei Zebi kriegen irgendwie. Loll, wie sind denn so viele bei Zebi? WTF Spawn? Neu? Keine Ahnung. Ich geb was. Einer, jetzt sieht er besser aus 5 Stück oder so. Egal, alles abknallen. Nein! Toi, toll! Easy Ding. Ich hab gedacht, ich hab die Schülter, meine. Tschüss! Der Bulle macht Fahrradlauf. Toll! Der Bulle macht Fahrradlauf. Wir müssen in die Stadt kommen. Auf freie Ding, dann muss ein bisschen los. Komm, letzter Kiel ran. Ich glaube, ein bisschen kann man den nicht anrufen. Muss es selbst machen, glaube ich. Hey, Leute, hier. Oh, nein. Muss er selber machen. Wir müssen in die Stadt kommen. Nicht auf freie Ding. Ja, ich hab doch nicht hier. Ich bin in die Stadt. Das kann ich nicht. Oh, ja! Der Sponsor! Hast du ihn immer? Nein. Der Bulle war eben da rechts. Der ist ja die ganze Zeit gewesen. Guck mal, wenn ich das rechts nehmen würde, dann komm ich. Nein. Ich verstecke den Bus dann jetzt irgendwo da links bei den Dingern oder so. Boah! Ich sag das doch zu Selvi, er soll irgendwo links verstecken oder so. Du hast gesagt links, nicht rechts. Ja, ist doch gerade irgendwo, scheißegal, in der Kasse oder so. Aber jetzt sind die Bulle schon wieder da. Das ist ja die Hand. Der Spein ist rechts und so ist die die. Der Spein ist rechts und so ist die Speinspar clouds. Danke! So, hab ich. Loll! Der Noahos. Loll! Aua! Was macht ihr? Wenn der Bus verstört, das hat er verloren, ne? Oder warte auch, soll ich den Blick übernehmen? Nein. So stabil ist es wahr. Daddy, du siehst die Bullen. Guck auf die Karte oder halt dich aus dem Radius. Du siehst die Bullen am besten. Ja. Wir sind hier. Sebi, komm doch auf Winde mit Bullen. Sebi, was machst du? Ja, direkt reinfahren mit Bullen. Du siehst weg, Franz. Deswegen sag ich, ob du öfters im Radar kommst, ob du so ein Wächter aufreißen soll, oder Bernd. Was machst du denn? Was machst du denn? Du hast noch verfahren. Aber Bulle kippt nach vorne. Hallo. Nein. Nein. Ich wollte ihn mal. Bleib mal stehen. Sebi, bleib mal stehen. Bleib mal stehen. Bleib stehen, bleib stehen. Ich schreck bei Sebi ein. Oh, du bist ja wie du, ne? Mit stehen bleiben, ne? Komm, 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 komm. Ach so. Das ist ja von einem Bullen an einem anderen Atmen gewesen. Das ist ja von einem Bullen an einem anderen Atmen gewesen. So. Wie sieh'n, ja. Der, du, am besten mal so du hast, das magst du. Du musst gar nicht mehr schauen. Du musst gar nicht mehr schauen. Oh, Sebi, dein Ernst? Laufst du fast nach vorne rein? Ich verlaufst du mit den Highways, und dann die Kunden bei den Hütten und die haben wir auch gespielt, so. Fuck. Sebi, mach sie. Mach rechts, mach rechts. Mach rechts, mach rechts, mach rechts, mach rechts. Mach rechts, mach rechts! Pass doch aus! Woher soll ich das wissen? Du siehst doch den Stein! Nein, den hab ich nicht gesehen! Mach rechts, mach rechts! Mach rechts, mach rechts, mach rechts! Du siehst doch hier, du denkst, du habst und kattet die Schinken, ne? Ja, warte. Warum fahrt er da nicht hin? Ja, da kommt ja ein langer Himmel hin. Jetzt bleib rechts, bleib rechts, bleib rechts einfach. Bleib rechts einfach. Rechts, rechts, rechts. Ich bin mir in der Nähe von dem anderen Zimmer gewesen, um das da aufzutreten. Warte, bleib mal stehen, bleib mal stehen. Bleib mal stehen, bleib einfach stehen, bleib einfach stehen. Ihr müsst die Karte im Auge behalten. Ja, ja, ich hab ja die Karte im Auge. Okay, fahr, warte. Genau da runterfahren, da runterfahren, da runterfahren. Bleib vorsichtig, fahr, fahr. Oh lol, die haben die Karte. Sie haben uns wieder, what the fuck! Echt? Sebi haut einfach ab. Hab ich das gepippt? Nein, du haust einfach ab ohne mich. Wieso bist du da rausgestiegen? Ich hab gesagt, lass mich fahren, aber du hörst mir ja nicht zu. Ach so. Okay. Du hast Gas. Komm rein. Ihr müsst zu der Schienen hoch, komm ruhig fahren. Soll! Jetzt, Alter, was mir mag. Ist das Sinn oder nicht? Maxi? Was? Kommst du Schienen hochzufahren. Warte. Seht ihr uns? Nein, die sehen uns nicht. Doch, ich hatte... Ah, fuck, Alter. Weil der eine da vorne rumsteht, Alter. Ja, genau. Da geht's nach der Brücke. WTF? Nein! Oh, jaja. Nein! Hier rein, Maxi. Geh lang. Ja, genau. Da geht's nach der Brücke. Hier rein, Maxi. Ja, wir schießt doch mal! Was ist hingekarna? Ja Wichaam undo. Ich fahre, dass ich gemacht habe. Wow! Pass auf, so wie gefahren ist. Wir sind nicht fertig. Raus mich, raus! Jetzt bin ich wieder! Mann, das ist ein Soldat. Geil! Ich habe gewinnt gewinnt! Jetzt muss ich einfach fahren. Ich werde Schienen überlassen. Ja, nee. Ich zieh mich jetzt durch. Lenk einfach die hinter uns ab. Mach Barrikade oder sowas. Ich muss mir jetzt nicht sagen, dass da vorne ein Bullen drin ist. Nein, wir sind oben. Fahr am Schienen ran. Ja, ja. Du blockierst ja vorne, oder? Wo ist gar nichts der Blockierung? Na, wer will ich denn jetzt stehen? Scheiße. Weil wir ja selber hier in den Tunnel. Meint schon, Alter. Das Ding ist gleich am Arsch. Hast du noch ein Stück? Ja, scheiße. Wartet's hier. Fahr mal ein bisschen dichter an der Wand ran. Ich weiß nicht, wann gegenkommt. Ich weiß nicht, wann es geht. Ja, ich bin doch so nah dran, wie es geht. Boah, ich dachte, dass keiner reinkommt. Nein, nein, das ist über uns. Über uns ist ein Holz. Über uns ist ein Wald. Das Einzigste, was uns entgegenkommen kann, ist der Zug. Ja! Warte! Und wenn er geht, dann werden wir ein bisschen nach. So. Ey! Nooo! 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 Maxi, fass mich hinterher. Ich hab uns was hier drin. Ja, warum haben wir schon wieder geklappt? Ja, keine Ahnung. Oh fuck. Wo sollen wir? Ich hab einfach gerade aus, wenn ich hier rein. Ich hab Schiss, dass der Zug uns nicht gegenkommt. Ohoho! 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 Ich hab mich voll geklappt. Ja, ja, ja. Nein! Ehh, Leute, wir haben zu gehen. Oh, das ist hier. Hä? Wir haben Pride-System. Aber wie knapp, gell? Wie knapp? Wasch nie weiter. Wow! Ja! Hey, hab ich's gesagt! Nein! Nein! Nein, jetzt komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Dabber an dich so. Nein, nein, du kommst nicht schon. Fahr weiter, ich stehe. Ich kann gar nicht mehr fahren. Ja! Ja, ist klar, warte, ich stehe mal. Du hast nur aufgesetzt, ja. Kannst du mal hier rum? Ja, ihr könnt mal... Danke. Und da fahr' ich schon davon, ne? Ja, schon klar. Alter. Uhhh! Uhhh! Oh Gott, Alter! Mein Auto hat auch schon... Ey! Der hat was echt gekrampisiert, ey! Vor allem, guck, mein Auto ist gepanzert, ne? Guck doch halt Heck hinten an. Als ob... ihn da komplett nach links verflogen ist. Vor allem ist was von dir weggeflogen, hab ich richtig gesehen! Ja, guck doch halt Heck an! Auf meine Seite drückt, oder? Na, dieser? Der kommt aber auch von dir. Ja. Dieses Kind, Alter. Das war jetzt richtig. Und genau da ist wieder ein Heck. Auch nach links. Ja, oder? Ja, Mann. Ich bin sicher nicht. Das darfst du nicht. Ja, Alter, das fährt ja nur 80, ne? Weiß ich nicht. Ja, ja, ja. Du wartest ja früh früh. Jo. Ey, Lisa, du musst ja später einen Orangen-Overwolf-Bahn, ne? Also, wir haben überlebt... Mit Handschellen, ne? Oha. Ja. Ja. Du musst dann auf jeden Fall richtig aufpassen auf Lisa. Ja, Lisa darf nicht sterben, sozusagen. Ja, bei ihr Mädels. Äh, das Lust ist, die muss nicht nur auf Lisa aufpassen, die kriegen auch eigentlich beim Befein, ne? Ach, Mann. Den erfülltest, den müsst ihr ja befreien. Wolltest du jetzt auf Maxi? Der Maxi ist die Lektion. Ach, ne! Was? Einmal kurz am Übergang stehen bleiben. Schaffen wir! Schaffen wir! Wolltest du machen? Ha, 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 ha. Ach, ach, ha. Ach, ha, ha, ha. Ach, ha, ha! Ach, äh. Ach, der ist nicht so... Ach, der ist so... äh... Pass auf den Funnel! Jetzt sind am Ende. Minimais vom Flugtür auffallen. Nein, ich will nicht, dass das Ding jetzt in die Luft... Ups! Ja, wir teppchen. Ja, da war ja was. Wir haben geschafft. Gut gemacht. Wie? Der Bus muss es kaputt machen. Wir sind wieder ganz auf der Wagen. Das ist ja richtig. Ich wusste nicht, ob das eine Kopie geklaut. Ja. Der richtige stand schon lange da. Oh man. Was habt ihr bitte schön gemacht? Hast du rumgefahren? Sie fahren nur rum und sind besser als vier. What the fuck. Yay, ich bin da ab. Warte. Ich werde schon sagen, bis zum Nächsten. Das Nächste. Sorry. Bis zum nächsten Mal. Ich bin da ab. Ich bin da ab. Ich bin da ab.